Seht, wir sind wieder zurück. Wir sind immer noch hier, weil ich mich aber teilweise echt so dämlich anstelle mit manchen Dingen. Also, wir versuchen uns jetzt nochmal das ganze Schoße da wegzuschießen an Robo und Daniel. Das letzte Dinge zu greifen müssen. Also, wir müssen ja irgendwie was machen. So, der Typ ist erstmal weg. Ich schieße mal die zwei Handels. Natürlich nicht. Klar, ich schieße den Mond, mein Freund. Warum stelle ich mich teilweise so dämlich an, ey, manche Ding. Ist die jetzt kaputt, oder? Nein. Also, brauche ich keine Roboter wegschießen. So, die Geschichte ist weg. Die auch. Und den Kram auch. Gut. So, jetzt muss ich, ach, ich muss ja jetzt hier nicht rüber. Was muss ich sagen? Warte, das ist das Ding, das ich will, wie ich das mache. Die Porsche. So, ich habe das Mikrofon kurz getrunken. So, und was? Ach, das ist noch eine frische... Nur was Frisches zum Einziehen. Wir brauchen ja noch sechs Stück. Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Sechs Pfannenbänder, um vielleicht das finale Level freizuschalten. Also, ich verstehe nicht, wie manche aus dem... Sehr gut, ich verstehe nicht, wie manche aus dem... Gut, ich verstehe nicht, wie manche aus dem... Ich muss ja nebenbei gerade. Ähm... Natürlich. Rein, was? Ja. Genau, das ist halt das, was ich jetzt gerade meine. Du stellst dich halt einfach... Ich stelle mich einfach so dämlich an. Wir müssen ja hin und her. Wir müssen ja wieder hoch irgendwie. Wir müssen ja da auf das Ding hoch, diese Plattform hoch. Damit wir dann quasi wieder zurück auf diese Plattform können. Und von dort aus müssen wir weiter nach oben arbeiten. Da ist noch ein Pfannenbänder. Da ist eine Kanone. Und da oben ist auch noch eine Kanone. Ne? Nur so nebenbei gerade. Aber wieso stehen? Da, da hochkommen. Okay. Das kann man nicht sagen, dass es nur immer über das Ding jetzt geht. Nein, Mann, Sandy! Mann, greif doch mal! Ey, du stellst dich aber die... Ne, ich greif nicht. Ich mach das jetzt gerne noch einmal. Ich weiß gerade echt gar nicht, ob das hat. Ein bisschen Öl macht ja keine Angst. Ich komme aus Texas. Hab dich! So. Du gehst doch nicht zu dem Automaten dazu. Oder hin zu dem Ding da dazu, ne? So, weil dann schon mal einer. Schlimm, was gerade so ein bisschen mit mir abgeht hier. Nein, ich probiere es jetzt nicht zu viel zu wollen. Das ist ein Ding zum Springen. What? Okay. Keine Rolle. Was ist das jetzt? Bist du mich jetzt fachsend? Wie soll ich da runterkommen? Ach so. Klar. So, ich will sponge die da rüber, oder was? Und dann haben wir so... Dann haben wir drei von vier. Dann gehst du jetzt wieder mit Sandy zurück, oder was? Oder wie soll ich da rüber? Oh, nee, warte mal, das kann doch nicht sein. Das kann doch nur sein, dass ich da runter muss. Ich bin schon wieder zurück und dann brauche ich den Sandy wechseln, dann kann ich hier runterspringen, oder was? Hier. Natürlich. Nummer 70. So, jetzt muss ich gucken, wie ich da rüberkomme, oder was? Warte mal. Ich muss mich nur ein bisschen orientieren gerade. Dahinten ist noch eine Kanone, okay. Oh, Gott sei Dank, ey. So, da ist doch ein Schalter. Wo bin ich hier? Da bin ich. So, muss ich jetzt da runter, oder was ist das jetzt unten? Oder wie, wo, oder was? Also, du kannst mit Sandy ja rüber ausspringen. Warte mal, wo ist denn der Schalter? Habe ich jetzt die Kiste vergessen? Die ist oben, oder was? Die warten, die ist jetzt oben. Du willst dich jetzt verarschen, oder? Nein, du willst mich jetzt komplett verachsen. Nein, du willst mich jetzt nicht, du willst mich, nein, 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 nein. Du willst mich jetzt nicht verarschen. Du willst mich jetzt nicht verarschen. Nein. Oh, Alter. Nein, Mann, nein. Nein, du willst mich jetzt mal. Bitte mal, bitte mal, ich bin da rüben. Ich habe ja, ich muss ja nur wieder rüber, ne? Okay, alles gut. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich dachte, nein, ich muss die Schöne wieder runterkommen. Nein, muss ich nicht. Ich muss nur hier die Schalter drücken. Alle, nein. So, ich habe jetzt mal das Schiff von dem Hoch. So, geschafft. Oh Gott, ey, war das im Akt jetzt erst mal? Wir haben das Schiff zurück und die Roboter besiegt. Das hast du geschafft. Aber wenn ich ihn jetzt nur betrachte, halte ich diesen goldenen Pfandwänderlin. Bitte was? Ich habe deine Aufgabe gemacht. Ich habe den scheiß Schiff gerettet. Ich habe meinen ersten verkrabenden Schatz. Aber unsere Abmachung. Wir treffen niemals eine Abmachung mit einem Geist. Abmachungen bedeuten mir gar nichts. Abgesehen von der Abmachung bezüglich des Butterfasses damals im Jahre 1873. Was für ein Gewinn, das sage ich dir. Es geht doch nichts über cremige Handgerührte. Also jetzt mach aber mal halblang, Butterjunge. Wir erledigen die ganze Arbeit, während du rumhängst wie ein Faultier. Faultier? Das ist eine Kampfansage. Bitte was? Wenn du das goldene Ding unbedingt haben willst, komm und hol es dir. Ich soll jetzt den Typ besiegen, oder? So. Okay. Wo ist jetzt mehr oder weniger... Das ist ein Friedhofstil. Okay. Warte mal. Äh. Schwör ab, du lässt das Ding. Autsch! 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 Klauereiz! Warte mal. Nein, nein, nein. Nein, nein, warte mal. Hä? Nee, wir müssen wieder zurück, ne? Sandy? Hallo? Müssen wir jetzt nochmal los? Jetzt kannst du die ganze Schoße machen, oder was? Ach nee. Äh. Äh. Howdy, Mr. Holländer, Sir! Ha, 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 ha! Upp! Bist du verarschend jetzt? Nein, ich muss jetzt die ganze Schoße nochmal nicht nochmal neu machen, ne? Wo warst du denn jetzt? Wo warst du denn jetzt? Ähm. Ähm. Ich hab doch heute schon Schiffe gemacht? Ich hab doch heute schon Schiffe gemacht. Das kann doch nicht sein. Schiff kann man schon nicht erhalten und... Ich bin sicher, die fliegenden Orländer, aber wo soll ich da hin? Ich hätt' gern wieder zurück zum Spiel gemotzt, Leute. Hä? Ach so, schau mal doch da. Da ist noch eine Kiste. Oh, was ist jetzt hier lang? Jetzt ist Schiff, ja, aber ich war doch schon, ich hab doch schon Schiff gerettet, oder nicht? Oder bin ich jetzt komplett aus, ne? Wieso, 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 wieso bin ich hier? So viel zu... Äh. Äh. Ja, hier bin ich ja, aber wieso, wieso bin ich jetzt zurück wieder? Wieso kann ich denn jetzt... Wieso darf ich jetzt eigentlich nicht irgendwas machen? Aber... Okay. 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 Ein bisschen Öl macht mir keine Angst. Ich komme aus Texem. Jeho! Ich hasse Essensvergremdung. Ähm, wieso darf ich da jetzt nicht irgendwas machen? Wo muss ich jetzt vor allen Dingen weiter? Wieso darf ich das nicht, hä? Ähm. Gehöl, es ist, wie, 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 wie zur Hölle? Wieso, wo zur Hölle bin ich jetzt hin? Wieso darf ich das nicht? Ich war doch hier schon nur, natürlich. Aber wie zur Hölle darf ich nicht, wieso geht es nicht weiter? Wieso, 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 hallo? Habe ich jetzt irgendwas verpasst oder was? Jetzt muss ich die Krabbelkram nun mal neu machen, ob das passiert oder nicht? Och man, mehr will sie mit der scheiß Maschine nicht. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. So, mit der Messer weg. So, du bist weg. So, jetzt wieder zurück zu Sydney. Aber warum zur Hölle? Wo muss ich denn da hin? Habe ich da irgendwas verpasst? Klappe. Aber wieso zur Hölle? Aber warte mal, ich habe ja größer Krabbelkram, ich habe schon die Aufgabe gemacht, dass ich mir jetzt etwas verpasst habe. Warte mal. Oh nein, ich muss ja wieder rüber, ne? Warte mal. Warte mal, ich habe vergesst wahrscheinlich mit der Kräfte die Aufgabe, äh, weil ich hier Schiffe angeblich hatte, weil ich ja die Kalonen ausgerichtet habe und alles rum und da habe ich die Geschichte ja fertig. Wahrscheinlich geht es dann erst weiter. Ja? Ah, ich muss wahrscheinlich jetzt, wenn du mal auf diese Hose wüsstest. Okay. Was ist das zum Kotzen manchmal? Ich spring dir lieber... Ich spring doch mal daneben, ne? Weil das hat sie ja... Das hatten wir ja schon lange nicht mehr. Ja, halt doch die Klappe! Ich kapp dann... Da liegt es ein bisschen... Es kann losgehen! Ach ja, dann geh doch weg, ey! Ja, dann geh ich halt weg! Nenn mich auch Schwaminator! Klar doch! Klar doch! Warum nicht? Weil wir ja eh schon alles einmal hatten. Das machen wir es halt dann noch einmal! Weil das ja so toll ist! Was? Ich will doch nur darüber... Ich will doch, bis da kannst du die Aufgabe geben, damit ich weiterkomme. Ich glaube, das habe ich nicht... Das ist das, was ich mich vergessen habe. Ach ja! Geh mir nicht auf Eier jetzt gerade, ey, du Kollege! Wollte ich die mal noch weg? Ach, du großer Schinken! Den habe ich verstanden! Natürlich! Noch einmal! Mann! Ich will doch nur das Ding zu Ende machen! Ey, das regt mich gerade so ein bisschen auf! Was? Ja, aber du musst das schön haben! روح! Man! Dann können wir das weg! Ah, sorry, und zwar auch einfach mal da aufregen, hier aber ich rede mich gar nicht genau, weil ich bin mal für das einfach nicht weitergegangen, weil ich einfach dunkel hab schon mal poems da! Halt auf die Fresse jetzt. Klappert jetzt. So, wir kommen zur Kürze. Was habe ich jetzt wieder gemacht? Hä? Wieso darf ich jetzt... Ja, ich habe doch alles getan, oder nicht? Oh Mann, ja, dann spring halt in den Flut. Dann spring halt in den fucking Tod. Ja, mach ruhig, weil du es so schön findest. Ach Mann, wieso geht es da nicht weiter? Ich komme hier einfach nicht weiter, weil ich einfach nicht keine Ahnung habe, was ich machen muss. Toll kümpche... Und beginnen... Bis zum nächsten Mal. 's